Wieder im Wartezimmer Aber nächstes Mal sind wir nicht beim Arzt Sondern heute bekomme ich eine coole Massage Sondern heute bekomme ich eine coole Massage Auf der grandiosen Massage heute Mittag habe ich die längste Pause bisher verschrieben bekommen Und zwar zweieinhalb Tage Soll ich mich jetzt ausruhen Ich habe mir vorgenommen mich nicht zu bewegen Außer zur Nahrungsaufnahme Mal gucken ob das klappt Ich habe mir vorgenommen Okay, filmst du? Ja. Wir sind hier bei Mr. Taus, meinem Lieblingsrestaurant. Und jetzt so drei Karten. Ein Auto mit Eiern. Was für ein Geschoss. Ja, okay. Ihr habt mich erwischt. Die Szene ist gestellt. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, ein Buch mitzunehmen, wo ich es eh nicht lesen werde. Let's go! Get right on him! This is your fight! Let's go, Peter! Get right on him! Get right on him! Get right on him! Get on him! Put that quick jab on him! Smack that little thing down and put a jab in his face. Peter, this is the fight! This isn't a sparring session. Let's go! Put it on him! Put it on him! Shannon, punch him in the head. Get him fired up, please. Kick him in the leg or something. There you go! Start turning on! There you go, Peter! Let's go! Wake up time! More than one! More than one, Peter! Let's go! Angles, movement, let's go! It's time! Cowboy! Cowboy! That's what I want! I want you to beat him up! And brake! Stand it back up! Good! Good takedown! On him again, Cowboy! On him again! He's resting! Let's go, Cowboy! Let's go! This is your fight! Let's go! Work! More than one! More than one! Come on! There you go! Don't let him take you down! Finish it, Peter! Take him down, Peter! Go, Peter! There you go! Go! Right when you angle! You gotta go! Don't let him dictate! You're the dictator! There you go! More than one, Peter! Let's go! More than one! More than one, Peter! Let's go! You're rested up! Let's do this now! It's time! Nice! Let's go! There you go! All your kicks! Let's go! Everything you know! It's time! Push! 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 Big step back! Big step back! Drop that shoulder! Good! Almost! Almost! Commit to it! Okay! Hips in! Hips in! Hips in! Hips in! Hips in! Hips in! Okay! Switch to the double left spine! Kick one though! Go for it! Nice! Let's go! Get up! Get up! Let's go! Right away, Peter! Shake it up! Let's go! Something else, cowboy! He's timing your kicks! Combos! Cowboy! He's timing your shit! He's timing your shit! Change it up now! Oh, sorry! What's that? No, you said it's time! Oh! It's time to go! Oh, sorry! I was getting excited! You gotta work! You gotta work! Let's go, Peter! More than one! More than one, Peter! More than one! Your hands and feet! It's time, Peter! It's time, Peter! Start letting him loose! Let him loose! Quit letting yourself! More than one! Start letting stuff go! There you go! And keep going! And keep going! Time it, Peter! Hands and feet! Go! I'm stuck! And... Good! Great! Straight out! Check out the waves! The waves! Here you go! In the video-blogs, you'll see the guy here again. This guy is fighting one on the ship. Syabash, stell dich mal kurz vor. Ich bin Syabash. Wie alt? Wie alt? 29. Seit wann in Kalifornien? Seit 1998. Wieso? Keine Ahnung, immer so auf Scheiße. Pirat oder Ninja? Pirat. Was machst du beruflich? IT. Was weißt du über die deutsche MMA-Szene? Ich kenne nur den Peter, Alter. Alles, was ich weiß, habe ich vom Peter gelernt. Und vom Andi auch. Stimmt nicht. Syabash ist ein guter Freund von Andreas, Canyotakis. Und so ist auch der Kontakt zustande gekommen. Und deshalb darf ich bei ihm wohnen. Ja, und wir sind hier in, wo sind wir? Encinitas. Cardiff, California. Checken die Wellen. Syabash ist ein guter Surfer. Und mein Surflehrer übrigens. Ich lerne noch. Und here we go. UFC 114. In zwei Wochen bin ich dran. Wir sind hier im PB Bar & Grill. Und stimm mal rein, was hier abgeht während der UFC-Veranstaltung. Die Bude ist voll. Hier kommen die Pärchen hin, um sich die Kämpfe anzuschauen. Und hier kommen die Pärchen hin.